Hast du jemals bemerkt, dass Katzen scheinbar magisch von Menschen angezogen werden, die sie eigentlich nicht mögen? Es ist ein faszinierendes und oft amüsantes Phänomen, das viele von uns schon erlebt haben. Aber warum ist das eigentlich so? In diesem Video erfährst du die überraschenden Gründe, warum Katzen genau so ticken. Nummer 1. Katzen sind neugierig. Katzen sind von Natur aus extrem neugierig. Wenn jemand versucht, sie zu ignorieren oder sich von ihnen fernzuhalten, weckt das ihren Entdeckungsdrang. Sie wollen herausfinden, warum diese Person sich so verhält und was es mit ihr auf sich hat. Ignoriert man die Katze einfach weiter, könnte sie irgendwann das Interesse verlieren. Aber Achtung, sie könnte auch Gefallen daran finden, weiter zu erforschen. Nummer 2. Ruhige Körpersprache. Menschen, die keine Katzen mögen, neigen dazu, sich ruhig und zurückhaltend zu verhalten, um die Katze nicht anzulocken. Katzen fühlen sich von dieser ruhigen Körpersprache allerdings angezogen, da sie weniger bedrohlich wirkt. Wenn du möchtest, dass die Katze weggeht, kannst du versuchen, dich ein wenig mehr zu bewegen oder Geräusche zu machen, aber ohne sie zu erschrecken. Nummer 3. Kein Augenkontakt. Katzen interpretieren direkten Augenkontakt oft als Zeichen von Dominanz oder Bedrohung. Menschen, die Katzen nicht mögen, vermeiden diesen in der Regel, was die Katze als Zeichen der Freundlichkeit und Harmlosigkeit ansieht. Nummer 4. Katzen lieben Herausforderungen. Katzen sind Meister darin, Herausforderungen anzunehmen. Eine Person, die ihnen keine Beachtung schenkt oder sie sogar vermeiden will, wird schnell zur Herausforderung. Sie wollen diese Person knacken und sie dazu bringen, sie zu mögen. Und Nummer 5. Keine Aufdringlichkeit. Menschen, die Katzen nicht mögen, drängen sich ihnen nicht auf. Die Vierbeiner mögen es nicht, bedrängt oder übermäßig gestreichelt zu werden. Daher fühlen sie sich von jemandem, der ihn Raum lässt, eher angezogen. Wenn du zu den Katzenmagneten gehörst, nimm es mit Humor und denke daran, dass die Katze vielleicht nur deine Gesellschaft zu schätzen weiß, auch wenn du das nicht unbedingt erwidern möchtest. Möchtest du jetzt noch wissen, was du niemals tun solltest, wenn deine Katzen sich streiten? Dann schau dir unbedingt das Video an, was ich dir an dieser Stelle verlinke. Dann schau dir unbedingt das Video an, was ich dir an dieser Stelle verlinke.